Hallo ich stehe heute hier am Hasselbachplatz in Magdeburg. Der Hasselbachplatz liegt südlich des Stadtzentrums und ist neben dem Damaschkeplatz, der zweite Platz welcher einen zentralen Verbindungsknoten im Nahverkehr darstellt. Er ist nach dem langjährigen Magdeburger Bürgermeister Karl Gustav Friedrich Hasselbach benannt. In den letzten Jahren hat sich der Bereich um den Platz zum Zentrum des Magdeburger Nachtlebens entwickelt. Der Hasselbachplatz wurde sternförmig angelegt und mit Gebäuden im Gründerzeitstil umschlossen. Einige dieser Bauten hatten barocke Stilelemente, um den Platz dem architektonischen Gepräge des breiten Wegs anzupassen. Eure Thea